Zufriedene Kunden auf der ganzen Welt nutzen die Amboss-Scheren vom Weltmarktführer. 100% made in Germany seit 1923. Originallöwe-Scheren. Für den Einsatz an der Rebe, dem Baum als Garten- oder Astschere sind Originallöwe-Scheren ein Begriff. In unserer Zentrale im Norddeutschen Kiel demonstriert Vertriebsleiter Jürgen Usinger die Produktpalette. Originallöwe-Scheren sind 1923 erfunden worden hier in Kiel von dem Firmengründer Walter Schröder, der die bahnbrechende Idee einer Amboss-Schneidetechnik erfunden hat. Dabei trifft eine Klinge auf eine flache Unterlage, anders als bei anderen Gartenscheren, wo zwei Messer aneinander vorbeischeren, der sogenannten Bypass-Technik. Unsere Löwe Nummer 1 entspricht auch in Aufbaugröße, Kapazität dem ursprünglichen Modell von 1923. Im Übrigen lässt sich tatsächlich sogar die Klinge dieser Schere in das Ursprungsmodell von 1923 verbauen. Jüngster Stand der Entwicklung ist inzwischen, dass man Amboss-Scheren mit einer gebogenen Klinge und einer gebogenen Unterlage herstellt. Diese Scheren erlauben die höchstmögliche Kontrolle über das Schneidgut. Obendrein sind die Klingen dieser Scheren dünner geschliffen. Das ist bei einer Amboss-Schere eher möglich als bei einer Bypass-Schere, was wiederum zu einem leichteren Schnitt beiträgt. Und wenn Sie sich das Schneidergebnis ansehen, werden Sie feststellen, ein absolut sauberer Schnitt, keine Verletzung der Rinde, kein Quetschen. Das ist möglich mit dieser Qualität von Originallöwe Amboss-Scheren. Verschleißteile wie Klinge und Unterlage können sehr einfach ausgewechselt werden. Und wenn man den Preis einer solchen Ersatzklinge auf die Anzahl der Schnitte hochrechnet, von 500.000 bis etwa eine Million Schnitte je nach Gehölz, errechnen wir dabei einen Preis pro Schnitt von nur 0,00002 Euro und preiswerter kann niemand schneiden. Viele Wochen im Jahr besucht Jürgen Usinger Partner und Anwender auf der ganzen Welt. Von China über Brasilien, von Australien bis Europa sind sich alle einig. Unsere Originallöwe ist das perfekte Werkzeug für Profis. Neben der Nummer 1 Löwe Amboss-Schere haben wir weitere Scheren entwickelt, die bestimmten Anwendungen nochmals vorteilhaft sein können. Dabei zum Beispiel zeigen die Nummer 5 eine sehr kleine, sehr handliche Schere. Hier haben wir eine kürzere Klinge, die wir entsprechend dünner schleifen können. Und diese Schere ist beispielsweise für dünnere Astdurchmesser von 18 bis 20 Millimetern die beste Wahl, zumal diese Schere unvergleichlich leicht schneidet. Der Schneidwiderstand ist nahezu nicht mehr spürbar. In spitzerer Ausgestaltung des Schneidkopfes für eng zugängliche Stellen, beispielsweise im Weinbau, ist diese Schere Löwe Nummer 6 eine Amboss-Schere mit zusätzlichen Ausstandungsmerkmalen, einer außenliegenden Klinge für sehr schnellen Klingenwechsel, einer Griffweitenverstellung, die es erlaubt, die Schere individuell auf die Anwender Handgröße einzustellen, ausgestattet. Seit etwa 25 Jahren im Sortiment Löwe Nummer 9 eine Bypass-Schere. Diese Schere verfügt über die gleichen Features wie die Schere Nummer 6. Sie haben eine Griffweitenverstellung zur individuellen Anpassung der Handgröße, ebenfalls die außenliegende Klinge für einen schnellen Klingenwechsel. Aber diese Schere arbeitet in Bypass-Technik und ist damit Anwendung besonders geeignet, wo Anwender sehr dicht am Stamm schneiden müssen, um den Zweig komplett auf Null wegzuschneiden. Amboss-Scheren von Original Löwe sind Weltmarktführer. Unsere unterschiedlichen Modelle gewährleisten für jede Anforderung die höchste Qualität made in Germany. Die Amboss-Schere wurde übrigens vom Großvater unseres jetzigen Geschäftsführers erfunden. Er führt die Tradition des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses fort. Sämtliche Scheren stellen wir in drei verschiedenen Griffformen her. So findet sich der untere Griff entweder nach außen geschwungen für eher große Hände, nach innen geschwungen für eine normale oder eher kleine Handgröße und alternativ in einer Funktion als Rollgriff mit einem Griff, der sich um die eigene Achse dreht und damit die Reibung zwischen Handfläche und Griffmaterial komplett eliminiert. Und bei Schnitten im Anwenderbereich, beim Weinbauern von 12.000 bis 15.000 Schnitten am Tag, können Sie sich vorstellen, wie viele Schwielen sich hier bilden, wenn Sie diese Funktion nicht haben. Ausstellungsmerkmalen von unserer Löwe Nummer 8 und von einigen weiteren Scherenmodellen ist eine stufenlos verstellbare Griffweite, möglich über diese Stellschraube, mit der Sie die Abstände der Griffe zueinander individuell anpassen können. Neben der Vorauswahl eines größeren oder kleineren, innen- oder außengeschwungenen Griffes, haben Sie hier die Möglichkeit, die Schere optimal auf Ihre eigene Handgröße anzupassen. Damit wird es Ihre persönliche Schere, nicht die Ihres Chefs, nicht die vom Kollegen, Ihre Schere. Zweite Besonderheit und Ausstellungsmerkmal dieser Scheren ist die außenliegend montierte Klinge, die einen sehr schnellen und sehr einfachen Klingenwechsel erlaubt. Man öffnet einfach den Verschluss, löst die außenliegende Mutter mit einem 13 mm Schlüssel und kann schon die Klinge entfernen. Die Schere an sich bleibt dabei komplett erhalten, keine Teile fallen auseinander, keine Feder springt zur Seite. Diese Ausstattung gibt es nur bei original Löwelscheren. Der Zusammenbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge, genauso einfach, genauso unkompliziert, genauso schnell. In weniger als einer Minute ist Ihre Schere wieder einsatzbereit. Neben den Handscheren zählen selbstverständlich auch Astscheren mit zwei Händen zu bedienen zum Sortiment. Hier folgen wir den gleichen Prinzipien wie bei den Handscheren. Wir bieten Ambossscheren mit einer geraden Schneidlinie, wir bieten Bypassscheren an, die in Zweiklingentechnik arbeiten und eben auch entsprechend der jüngsten Entwicklung bei Ambossscheren mit gebogener Klinge und Schneide diese Form. Die Scheren bieten wir in Längen von 50 bis 100 cm vierfach abgestuft an, damit jedem Anwender die ideale Länge zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu teleskopierbaren Astscheren oder Astscheren mit Getriebeübersetzung, Hebelübersetzung, verzichten wir auf diese Ausstattung im Interesse einer sehr leichtbauenden Schere, im Interesse einer sehr effizienten Schere mit besten Schneidergebnissen. Und wir achten bei unseren Astscheren auch darauf, die Schneidöffnung der Schere bei einer maximalen Öffnung der Griffrohre von 90 Grad zu erreichen, um im eng verästelten Gehölz trotzdem eine optimale Anwendbarkeit zu haben. Alle Scheren werden am Kieler Stammsitz hergestellt. So können unser Geschäftsführer Randolf Schröder und sein Team immer persönlich auf die Qualität in der Fertigung achten. Original Löwe. 100% made in Germany. Darauf sind wir stolz. Original Löwe Scheren. Sed з Ukrainian Jordann Er Hatte Den L Ob 2012 Ich Untertitelung des ZDF, 2020